Politiker können allein durch ihr Aussehen Wahlen gewinnen oder verlieren. Das sagt der Freiburger Politologe Sebastian Jeckle. Er hat das Erscheinungsbild von über 500 Bundestags-Direktkandidaten und Bewerbern für das Repräsentantenhaus in den USA untersucht. In unserer Forschung geht es um sogenannte aussehensbasierte Heuristiken. Diese Heuristiken kann man sich eigentlich vorstellen wie Abkürzungen, die das Hirn nimmt, um vom Aussehen einer Person Rückschlüsse auf deren Eigenschaften und Fähigkeiten zu ziehen. Beispielsweise eben, ob man von einem Wahlplakat aus Rückschlüsse auf die Kompetenz oder die Fähigkeit einer Person hat, wie geeignet die letztlich für die Wahl wäre. Um sicherzugehen, dass allein Äußerlichkeiten den Ausschlag geben, haben die Freiburger Politologen ihre Forschungen mit Bildern von Politikern durchgeführt, die den Probanden gänzlich unbekannt waren. Wir haben die Fotos von allen Kandidaten genommen und haben dann diese Bilder den Probanden vorgelegt in einer Online-Befragung. Und zwar jeweils die beiden Kandidaten und Kandidaten nebeneinander, die auch wirklich im Wahlkreis gegeneinander angetreten sind. Über 5000 Personen haben Kandidatenbilder nach Attraktivität bewertet. Die Ergebnisse wurden dann mit dem Abschneiden bei den Wahlen verglichen. Dass die Attraktivsten gewinnen würden, war nicht ausgemacht. Forschungen aus den USA zeigen, dass dort attraktive Frauen in männlich dominierten Berufen Benachteiligungen hinnehmen müssen. Jetzt ist die Frage, ob gerade in der Politik, die ja immer noch sehr männlich dominiert ist, wir nicht eventuell auch einen solchen Beauty-is-Beastly-Effekt finden. Wenn wir dann unsere Ergebnisse reinsehen, sehen wir allerdings, dass das nicht so ist. Sondern Attraktivität wirkt immer und überall positiv. Auch wenn junge Menschen in allen Bewertungen die attraktiveren sind, fragt man sich, ob neben den Äußerlichkeiten nicht wenigstens größere Lebenserfahrung in der Politik von Vorteil sein kann. Ältere Personen werden grundsätzlich als kompetenter erachtet. Das zeigen auch unsere Ergebnisse. Wenn wir dann zum zweiten Schritt kommen, unserer Analyse, und schauen, ob kompetentere Personen auch häufiger gewählt werden, dann ist das in Deutschland in der Tat so. Allerdings ist der Effekt nicht ganz so stark wie der Effekt der Attraktivität. Wenn wir in die USA sehen, dann spielt wahrgenommene Kompetenz bei den Kandidatinnen und Kandidaten dort überhaupt keine Rolle. Dort ist nur die Attraktivität relevant. In den USA kann große Attraktivität bis zu 11 Prozent mehr Stimmen bedeuten. So investieren Politiker überall in eine adrette Erscheinung. Zudem ist es relevant, jugendlich zu wirken und beispielsweise als Mann keine Glatze zu haben, sondern ein volles Haupthal. Es ist auch nicht verkehrt, eine Brille zu tragen beispielsweise, was man sehr einfach ändern kann, weil das steigert zumindest in Deutschland eben die wahrgenommene Kompetenz. Und da haben wir gesehen, dass auch das Vorteile mit sich bringen kann. Bei Frauen ist es sehr wichtig, dass diese lange Haare tragen. Kurzhaarfrisuren wurden durchweg als deutlich weniger attraktiv bewertet und entsprechend haben diese Personen dann auch schlechter abgeschnitten bei der Wahl. Wie gesagt, die Attraktivität spielt vor allem bei gänzlich unbekannten Kandidaten, die man zum ersten Mal sieht, eine Rolle. Sobald man jemanden schon kennt wie Angela Merkel oder Wladimir Putin, treten oft andere Bewertungsmaßstäbe in den Vordergrund. Aber das muss nicht sein. So wirklich rational sind unsere Entscheidungen nie. Und selbst wenn wir denken, wir hätten uns gut informiert und würden entsprechend eine gut abgewogene Entscheidung treffen, ist es immer noch sehr gut möglich, dass im Hintergrund das Aussehen eines Kandidaten mit eine Rolle spielt, ohne dass wir das aktiv merken würden bei unserer Entscheidung. Wenn man ganz sicher gehen will, dass bei einer Wahl Inhalte und nicht Personen brillieren, gibt es eine Idee. Einfach den Mast-Singer als Mast-Politiken in die Politik übertragen. Aber ob Politiker das mitmachen würden? Einfach das mit singer, in der Musik die Vorabschmer Zeit machen, Vielen Dank.